So, wir gehen jetzt an der Tiefgarage los und werden heute die erste Strecke zurücklegen. Erstmal einen kleinen Einstieg. Guck mal hier, hier ist die Pfarrstraße. Ja. So, wir sind jetzt auf dem Endspurt. Vorne ist schon die Hütte und hier sieht man die schönen hohen Berge. Und ganz vorne in der Mitte sind wir gleich an unserem Ziel. Da laufen auch schon Haber und Ralf und Naven. Ja, das war die erste Strecke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.